Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, länger ist hier nichts passiert, aber mich hat jemand angeschrieben, ob da noch alles in Ordnung mit mir wäre und wie es denn bei mir läuft so während der Corona-Zeit. Und da dachte ich mir, ach komm, ich mach doch mal schnell mal eben ein Video. Ja, es gab nicht so wirklich vorzeigbare Sachen, natürlich ist einiges passiert, aber jetzt nicht so wirklich was Bewegendes, wo ich mir gedacht hätte, da ist es auf jeden Fall ein Update wert, aber in den letzten Tagen doch wieder ein bisschen und deswegen zeige ich euch mal was hier auf der Baustelle so passiert ist. Ja, wie ihr seht, ich habe hier schon mal so ein paar Wände verputzen lassen, da war ich auch ganz stolz drauf, dass ich schon mal so ein paar Sachen abgegeben habe und ich habe mich mal versucht an Eckzargen, weil wir haben ja relativ breite Mauern und ja, das sind irgendwie so 48 oder irgendwas um die über 40 Zentimeter, da kriegt man keine Standardzargen rein und wenn man die anfertigen lässt, liegt man da irgendwie komplett bei 500 bis 600 Euro. Es sei denn, ihr habt da einen Tipp, wo man die günstiger herbekommt. Ich habe jetzt einfach eine Stahlzarge für 54 Euro hier reingesetzt, da kommt dann eine Standardtür rein für 25 Euro und dann ist die Sache für mich erledigt, wenn das hier ordentlich eingeputzt ist. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, Trockenbauwände, ich habe hier die Küche, die war sehr groß, die habe ich unterteilt, so dass jetzt hier noch ein Bad reinkommt mit Fenster, Waschbecken, Toilette und bodengleiche Dusche mit Wandablauf haben wir hier noch eingesetzt oder ich. Ja, gehen wir mal weiter. Wir sind hier im Erdgeschoss noch. Hier gab es ja eine große Unterteilung, das kann man jetzt hier noch so schemenhaft glaube ich, so kann man hier glaube ich noch so erkennen. Das trocknet hier gerade der Putz und ja, das haben wir ja abgetrennt. Das ganze wurde jetzt auch verputzt, da wurde ein Gewebe drauf gemacht, also drunter gemacht, besser gesagt, damit das nicht aufreißt an den Stellen. Das wurde hier auch alles eingeputzt, das sah ja vorher auch aus wie Kraut und Rüben, jetzt sieht das wieder ordentlich aus. Ja, alle Wände natürlich jetzt hier schon schön verputzt, also so dass wir da eigentlich nur noch streichen müssen, wenn der Estrich da ist, weil im Moment haben wir ja noch keinen Fußboden drin, kein Estrich, da kommt ja noch eine Fußbodenheizung rein, Schlafzimmer. Ja, früher war ja der Durchgang hier, kann man natürlich jetzt nichts mehr sehen, also hier quasi mittig war eine Tür drin, die haben wir zugemacht und dafür hier wird dann der Wohnungseingang, beziehungsweise wir versetzen den Eingang nach hier vorne. Ja, also hier kommt dann die Wohnungseingangstür hin, so dass man hier vorne noch einen kleinen Flurbereich hat, wo man so Garderobe und sowas aufhängen kann. Ja, dann gehen wir mal hoch, denn hier oben hat sich dann auch schon wieder einiges getan und man sieht, Treppenhaus ist jetzt gerade dabei mit Verputzen. Eigentlich wollte ich das selber machen, aber es ist am Ende doch ein gutes Gefühl, wenn das ordentlich ist und ich in der Zeit andere Dinge schaffen kann. Ja, Treppe, ja ich habe mich dran getraut die Treppe rauszureißen, das habe ich dann auch selber gemacht und ja, hier oben sieht man, bin ich schon dabei, eine neue Treppe zu bauen. Da sind schon die Wangen, Treppenwangen sind schon drin. Ich habe hier Stahlträger eingezogen, die sind da schön in der Wand drin, oben genau das gleiche Spielchen und ja, da sind dann die Wangen dran fest und dann kommen dann die einzelnen Stufen dran. Da unten habe ich schon mal so, naja, man kann es jetzt ganz schwer erkennen, glaube ich, aber einen sind Träger aufgesetzt, da kommen dann die Stufen drauf, um dann nach oben zu kommen. Ja, für die Baustellenzeit habe ich mir die alten Stufen noch aufgehoben, die nehmen wir dann für die Übergangszeit, damit da nichts kaputt geht. Ja, dann gehen wir mal weiter in die zweite Wohnung. Hier haben wir dann schön mit F90 eine Wohnungsabtrennung gemacht, also F90, hier Brandschutz, haben wir dann hier mit den blauen Plöten von Knauf doppelt beplankt von beiden Seiten. Das war eben erforderlich, dann ja, die Türen im Altbau sind natürlich entsprechend hoch und breit, wurden dann natürlich auch auf Standardmaß, ja, verkleinert, dass wir dann ordentliche Türen einbauen können. Hier vorne sieht man noch den vorherigen Zustand, hier haben wir das Ganze erstmal vorbereitet, dann kommt da Gewebe drauf, wird das dann zuge... ja, überputzt am Ende alles noch mal. Die Räume sind ja auch schon entsprechend alle schön verputzt. Klimaanlage hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon gezeigt, haben wir im mittleren und im Dachgeschoss eingebaut. Ja, so sieht dann das Gewebe aus, das kommt dann da rein, damit das nicht reißt. Dann gehen wir nochmal hier, das wird dann das Wohnzimmer, auch alles schön verputzt mit Klimaanlage auch, die wird dann das hier im Sommer schön kühl halten. Küche, ja, das war ja hier auch, war ja noch der alte Fliesenspiegel dran, den habe ich ja abgekratzt, beziehungsweise die Fliesen runtergeholt und dann mit so einer Betonfräse den Fliesenkleber runtergeholt und dann, ja, haben wir es dann am Ende alles schön glatt machen lassen, sodass es auch ordentlich ist. So, dann fehlt noch das Bad. Ja, da hatte ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gezeigt hatte, ich habe ja so eine Zwischenwand hier eingesetzt, die habe ich so aus so einer Stahlkonstruktion gebaut, die ist dann unten im Boden verschraubt, wo dann die Wasserleitungen drin verlaufen und auch Abfluss und so weiter. Ja, finde ich einfach ein bisschen angenehmer, wenn man reinkommt und nicht sofort aufs Klo starrt, wenn da einer drauf sitzt oder so oder, ja, man selber drauf sitzt und jemand aus Versehen reinkommt, ist es doch ein bisschen angenehmer. Ja, dann habe ich auch direkt hier Ablagen gebaut, dass man den Platz, also unten drin laufen, ja, die Rohre und so kann man das dann auch nutzen, sinnvoll für Handtücher und für Klopapier und solche Sachen, die kann man dann da ablegen. Ja, dann kommt dann hier die Badewanne so hin in den Bereich und, ja, die Dusche wird dann hier hingemacht, auch mit einem Wandablauf, der kommt dann noch dahin. Oh, ja, wenn hier eine kurze Unterbrechung, weil ich habe gerade einen Anruf bekommen, nicht wundern, ja, Fußbodenheizung auf jeder Etage und der Teil, worauf ich schon fast wieder ein bisschen stolz bin, gehen wir mal hoch, ich hatte nämlich noch nie eine so sichere und seriöse Baustelle wie jetzt. Ja, ich habe mir ein Gerüst gekauft oder solche Maurerböcke und Bohlen und auch hier so ein Geländer, also, ja, das hatte ich noch nie gehabt, aber wenn man nicht alleine arbeitet und Leute zu Hilfe heranzieht, dann muss man halt sowas auch mal machen. Und dementsprechend habe ich jetzt hier endlich mein Gerüst und dann können wir auch hier vernünftig das Treppenhaus, weil das ist natürlich schon eine gewisse Höhe, ja, wird das hier heute auch alles schön verputzt, sodass das hier auch ordentlich wird. Und bis in die letzte Ecke, ja, und ja, das ist natürlich richtig stabil, so wie es auch sein soll, kann man dann auch sicher arbeiten, jetzt gleich werde ich das verschieben, sodass die Leute morgen hier weiterarbeiten können, die andere Seite verputzen können. Und dann gucken wir uns jetzt auch noch mal die letzte Etage einmal an. Hier das gleiche mit der F90-Abtrennung. Dann haben wir hier oben auch wieder eine Klimaanlage, habe ich mich natürlich richtig geärgert, wir hatten eigentlich einen Profi engagiert, der nichts anderes macht als Klimaanlagen einbauen, habe ich natürlich extra vorher gesagt, bitte das Ganze so auslegen, dass wir die Klimaanlage über die Tür anbringen können. Und dann, als ich dann die Leitungen verlegt hatte, oder beziehungsweise alles so vorbereitet hatte, dass die Leitung da rauskommt, stand er dann hier und meinte, oh, der Platz ist ja viel zu gering. Und jetzt haben wir die Klimaanlage da hängen, was natürlich nicht so schlimm ist, aber der Platz ist natürlich äußerst ungünstig, dafür eine vernünftige Abdeckung zu bauen für die Leitungen, das ist natürlich wirklich richtig ungünstig. Ja, ansonsten ist hier oben erstmal soweit alles fertig. So, dann gehen wir mal ins Bad. Hier steht schon die Badewanne drin, zum einen, also noch nicht einbaufertig, aber wir wollten es einmal testen, ob das alles soweit passt. Hier oben alles schön mit Rigips schon verspachtelt und ja, teilweise geschliffen. Einmal das komplette Bad, auch wieder Fußbodenheizung natürlich hier oben. Hier kommt auch noch ein Estrich rein und hier kommt dann die Dusche, müssen wir noch eine Glasabtrennung machen. Das machen wir natürlich erst hinterher, wenn die Fliesen da sind, für die Dusche. Waschbecken dann hier vorne. Ja, und hier hat sich eigentlich jetzt nicht wirklich mehr viel getan, glaube ich, seit dem letzten Mal. Hier habe ich ja dieses Dachfenster noch eingebaut oder einbauen lassen besser gesagt. Wir haben oben alles zugemacht. Da war ja noch hier oben alles offen. Der Träger, der lag ja noch offen, den habe ich jetzt noch verkleidet. Und ja, mit Rigipsplatten oder Gipskarton verbeplankt. Und hier oben das Gleiche. Das war ja oben auch noch letztes Mal alles offen. Die Fensterlaibungen noch gemacht. Und jetzt kann sich das hier oben schon sehen lassen. Und der Ausblick ist eigentlich auch ganz gut. Wir haben hier natürlich einen großen Garten. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das mit der Gartennutzung machen und ob überhaupt. Ja, aber das war es dann auf jeden Fall schon mit der Baustelle jetzt aktuell. Es gab ja aber natürlich noch ein paar weitere Fragen. Und zwar wurde hier auch gefragt, wie sieht es denn aus generell mit der Situation jetzt? Also ich kann sagen, ich habe zum Glück keine Mietausfälle gehabt bis jetzt in der Corona-Zeit. Also wir haben jetzt Mitte Mai. Ja, ansonsten ist eigentlich auch soweit alles gut gelaufen. Ich habe bis jetzt auch meine Kredite ganz normal weiter bedienen können. Von daher, also ich habe da eigentlich gar nichts von gemerkt. Liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich ganz gute Miete habe. Entweder kommt die Miete halt sicher vom Amt. Oder ja, die Leute haben halt sichere Jobs, die nicht davon betroffen sind. Oder beziehungsweise einfach noch weiterhin ihre Miete bezahlen können. Also von daher, ja, habe ich glaube ich Glück gehabt oder das Ganze gut ausgesucht. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich habe jetzt in letzter Zeit natürlich auch wieder nach neuen Sachen geguckt, aber war da jetzt auch ein bisschen vorsichtiger. Und habe mir auch ein paar Sachen angeguckt, aber jetzt irgendwie nichts Konkretes. Also natürlich habe ich ein paar Angebote abgegeben, aber bis jetzt war nichts wirklich Ernsthaftes so dabei. Ja, ansonsten will ich jetzt erstmal auf jeden Fall die Baustelle hier, weil das ja eigentlich jetzt wirklich gut voran ging, ja, fertigstellen, damit ich den Kopf da auch frei habe. Weil das ganze Haus gehört ja hier eigentlich meiner Frau und ich habe sie eigentlich dazu überredet, das Ganze hier zu machen. Und ja, deswegen ist das jetzt wichtig, dass wir das jetzt hier erst fertig machen und dann erst weitermachen mit neuen Dingen, auch damit da wieder ein bisschen Geld reinkommt. Weil momentan kostet das Haus hier irgendwie jeden Monat 700, 800 Euro an Tilgung und, ja, Zins und Tilgung oder beziehungsweise Annuität. Ja, die laufenden Kosten, die Nebenkosten, die ganz normal laufen. Und ja, Mieteinnahmen sind natürlich noch nicht da. Und daraus wollen wir natürlich aus diesem Negativ wollen wir dann ins Positive überschwenken. Meine Frau ist jetzt auch gerade noch in Elternzeit. Das heißt, da kommt dann so gesehen auch nicht so viel Geld rein. Ja, und deswegen wäre das dann eigentlich mal ganz cool, wenn wir das hier endlich fertig haben und dann erst wieder weitere Projekte in Angriff nehmen. Ja, aktuell hat sich eigentlich nichts daran geändert. Ich vermiete jetzt ja weiterhin vier Wohnungen, ein Dreifamilienhaus und eine einzelne Wohnung. Momentan bin ich da bei 730 Euro Cashflow, also quasi abzüglich, also Mieteinnahmen, Nettokaltmiete abzüglich aller Kosten, die ich habe. Bleiben dann monatlich 730 Euro über für mich im Moment. Und ja, klar, die muss ich versteuern. Habe in der Erdgeschosswohnung im Dreifamilienhaus die Terrasse neu machen müssen. Oder was heißt müssen? Also die Fliesen waren einfach so kaputt und da sind halt neue Mieter eingezogen. Und dann habe ich die für knapp 5000 Euro neu machen müssen. Und ja, ich kann vielleicht nochmal ein Video machen über so eine Art Fix und Flip. Ohne Fix, da haben wir was gemacht und mit einem Kollegen zusammen habe ich da was gemacht. Da könnte ich vielleicht nochmal ein Video darüber machen, wenn euch das interessiert. Das war aber, ja, da gibt es nicht so viel zu zeigen, weil eigentlich haben wir die Wohnung so wie sie war wieder inseriert und verkauft. Ja, von daher mache ich vielleicht nochmal ein Video zu, wenn euch das interessiert. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es immer schön in die Kommentare. Würde mich natürlich über ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Also ein Abo, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt. Und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Also in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.